Musik Boys Run Tear Die ersten acht Schritte Ein Kickball Point mit rechts und dann mit links Wir kicken den rechten Fuß nach vorn Setzen ihn in den linken ab und gleich die linke Fußspitze zur Seite Jetzt kicken wir den linken Fuß nach vorn Setzen ihn in den rechten ab und gleich mit der rechten Fußspitze zur Seite Jetzt setzen wir das Gewicht auf den rechten Fuß und kreuzen den rechten Fuß über den linken Das gleiche machen wir jetzt mit links Den linken Fuß zur Seite etwas das Gewicht wechseln wieder zurück Und den linken Fuß über den rechten Diese acht Schritte noch einmal 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 Die nächsten acht Schritte Den rechten Fuß hinten absetzen Den linken Fuß daneben Jetzt kommt ein Coaster Step mit rechts Den rechten Fuß nach hinten Den linken ran Und den rechten Fuß nach vorn Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn Den rechten Fuß daneben absetzen Und ein Coaster Step mit links Den linken Fuß nach hinten Den rechten ran Und den linken Fuß wieder nach vorn Diese acht Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Die nächsten acht Schritte Wir setzen den rechten Fuß nach vorn Und machen gleich eine Viertel-Links-Drehung Jetzt kreuzen wir den linken Fuß Hinter den rechten Fuß Den rechten Fuß zur Seite Den linken Fuß über den rechten kreuzen Den rechten Fuß zur Seite Und machen gleich eine Viertel-Links-Drehung Und setzen den rechten Fuß nach vorn Ich zeige diese Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1 und 2 und 3 und 4 Die nächsten vier Schritte Den linken zur Seite Den rechten dahinter Den linken zur Seite Den rechten Fuß über den linken kreuzen Jetzt setzen wir den linken Fuß nach hinten Machen gleich eine Viertel-Rechts-Drehung Und den linken Fuß nach vorn Diese letzten acht Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1 und 2 und 3 und 4 5 und 6 und 7 und 8 Und alles von vorn 1 und 2 3 und 4 5 und 6 7 und 8 1 und 2 und 3 und 4 5 und 6 und 7 und 8 Die nächsten acht Schritte Den rechten Fuß vorn absetzen Und gleich eine Viertel-Drehung nach links Dann setzen wir den rechten Fuß stampfend nach vorn Den linken Fuß stampfend nach vorn Die rechte Ferse nach vorn An den linken Fuß wieder ran Die linke Ferse nach vorn Und an den rechten Fuß wieder ran Den rechten Fuß vorn aufstampfen Und den linken Fuß daneben Diese acht Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4 5 und 6 und 7 und 8 Und noch einmal alles von vorn 1 und 2 3 und 4 5 und 6 7 und 8 1, 2, 3 und 4 5, 6, 7 und 8 1 und 2 und 3 und 4 5 und 6 und 7 und 8 1, 2, 3 und 4 5 und 6 und 7 und 8 Und ich fange den Tanz noch einmal von dieser Seite an Damit man die anderen Schritte besser von hinten sieht 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 1 und 2 und 3 und 4 5 und 5 und 5 und 6 und 7 und 8 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7 und 8 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7 und 8 Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn 4 und 6 und 6 und 7